Dolce Vita – durch die Zeitreisen Retifizierte Zweibrandfliesen und große Auswahl an Farben und Dekore für einen Vintage-Touch nach dem letzten Schrei. Dolce Vita ist eine Reise durch Zeit und Raum. Eine Erfahrung, die man überall ansehen, berühren und leben kann. Im Retro wie im Designambiente, in traditionellen wie in modernen Umgebungen. Hochglanzfliesen mit Diamantrand, die jedes Ambiente, das Klassische wie das Moderne, erstrahlen lassen. Bewährte Geometrien treffen auf neue Trends. Von hellen bis hin zu dunklen und tiefen Tönen. Im Format 20 x 60 cm retifiziert ein höchst vielseitiger und innovativer Farbensatz, der von Lackrot über Beige bis hin zu Pulverblau reicht. Dolce Vita ist das innere Wesen der Keramik in vibrierender und eleganter Stimmung für ein Bad mit Persönlichkeit, das mitten in der Zukunft auf die Vergangenheit blickt. Die Flächen werden durch Dekore mit traditionellen Motiven oder durch Patchgraphs mit einzigartigem Stil bereichert, retro und gleichzeitig modern.